Musik Ich hab eigentlich auf Schwärfen gar keinen Bock, aber viele es wollten wirklich Chef den Kackbock. Und der neue Rapp, hier ist auch ein Hurensohn, genau wie seine Scheiß-Drecksmutter. Ich fick diesen Dummer von 10 Jahren Arsch. Dann kann er lecken meinen Arsch. Was für Geigers willst du in der Revanche? Du bist scheiße und kommst wie Otto aus der Renaissance. Ihr seid alles Spassen und eure Eltern sind alle scheiße. Ich zertrete euch wie eine Ameise. Was für Gegner, Loll ist nur ein Hurensohn. Ich sah deine Quali auf seinem Kanal, du kleiner Bastard. Ich seh dich ab, wenn ich dich sehe. Du hast die schwule Gene. Werde kommen in erster Part vorbei. Eure Mütter sind dumme Huren aus Brei. Ihr seid alles Fotzen. Ich tu auch euch kotzen. Ihr fix und habt siegen. Und ihr Schläge kriegen. Ihr seid alles Fotzen. Ich tu auch euch kotzen. Ihr fix und habt siegen. Und ihr Schläge kriegen. Okay, verzwert danach. Es ist vorbei. Ich rufe die Polizei. Und es ist vorbei. Gameboy ist die Wichsvorlage von Skellet. Dieser dumme Penner ist ein Bastard. Der will kämpfen. Ich ramme euch besser. Und ihr geht jetzt besser. Manu rappt, rappt nicht. Er ist ein Bastard. Wie John rappt nicht. Oder Felix McDonalds nicht. Er ist ein kleiner Wicht. Noch drei Lines und ihr beitet alle. Ich ficke auch Kraxer wie ein Hurenfickersohn. Ich ramme eure Mütter wie ein erregter Esel. Und klatsche euch wie ein aggressives Kangaroo. Was sind die Haltungen in Form von Kokstüten? Keine Chance. Ich werde euch polüten. Ihr seid alles Fotzen. Ich tu auf euch kotzen. Es fix und habt siegen. Und ihr Schläge kriegen. Ihr seid alles Fotzen. Ich tu auf euch kotzen. Es fix und habt siegen. Und ihr Schläge kriegen. Yeah. Effigs und Haar. Massager fertig Daffel 3. Äh.